Ja, dann machen wir was anderes, würde ich sagen. Und zwar, die in der Mitte verprügeln wir jetzt. Falls sie uns nicht verprügeln. Dann guck mal, was da hinter ist. Währenddessen quietsche ich mit dem Stuhl. So, wie machen wir das jetzt am besten? Ich glaub... Wir haben Flakon dazubekommen. Ja, du dicker, Max. Aua. Au. Wer verprügelt mich? Finde ich nicht so nett. Au. Ist dann scheißegal, dass ich da mit meinem dicken Groß... mit deinem dicken Großmachin da drauf haue. Aber uns ist es nicht egal, wenn der uns trifft. Ausweichen. Schlagen. Ausweich, Aua. Naja. Och, komm. Geht doch. Ich nehm mal lieber einen Schluck. So, ich hoffe mal, der da... Ignoriert uns jetzt. Ja. Die Fimpern pumpen ganz schön laut. Hm, da geht's auf jeden Fall hinter. Oh oh. Da ist ein Boss. Wieso ist hier ein Boss? Was soll's? Wir versuchen's. Ach du Scheiße. Mal wechseln. Nein, falsch. Mal wechseln. Schlärfen. Nicht schärfen, schärfen. Wir schnitzeln uns einfach mal durch. Nicht schärfen, schärfen wir auch ein bisschen Leben zurück. Sollten wir doch eigentlich, Aua. Ich schärfe nochmal. Ich glaub... Ne, die Animation ist wahrscheinlich nur gleich. Von der Waffe. Au. Ich glaub, ich muss die Roten treffen. Diese Rot leuchten. Der da zum Beispiel. Nicht... Genau der da. Ja. Oh, da kommt was'n anderes. Na, und schon. Das ist nicht nett. Ich seh auch gar nicht mehr, wer hier überhaupt was ist. Ja. Ach, da ist er. Au. Boah, ich... Anwesend kannst du hier grad vollknicken. Machen die da eigentlich? Vielleicht hätte ich's doch nicht machen sollen. Sprech, vielleicht hätte ich jetzt warten sollen. Das heilen die denn noch. Aber jetzt muss ich ihn eigentlich haben. Nein, das kommt mal in die zweite Phase. Das ist gut. Das freut mich. Haben wir denn hier noch was zum Looten? Und dann haben wir wieder mal einen Boss besiegt. Ohne große Probleme. Hm, aber hier ist wohl nix mehr. Na ja doch, ein Leuchtfeuer. Zum Glück. Joa. Gehen wir nochmal zum Feuerband schreien. Geben das alles wieder aus. Gucken mal, was die Seele kann. Wenn nicht, wird sie wieder verwurschelt. Für uns. Damit wir ein bisschen leveln können. Blablabla, aufsteigen. Wie viele große Dingshaar haben wir jetzt eigentlich? Titanitscherben. Weiß ich gar nicht. Ich schätze mal, dass uns die, wer ist das denn da oben? Die Seele sowieso nur, ähm, Dings da gibt. Magiezeug. Ach, Anri. We spoke before on the road of sacrifices. Anri of Astora. I am well pleased to see you safe. We reached the Cathedral of the Deep. But Aldrich's coffin was empty. The Maneater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldrich is said to hail from Irithyll in the Boreal Valley. An ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron keep. And so becomes our destination. Ich glaube, er hat wieder ganz viel zu sagen, ne? Sag ich doch. Find ich auch. Find ich auch. Aha. Voila. Was gibst du uns? Tiefenseele. Kerzenhalter. Ja, so nicht so wirklich was für uns, ne? Können wir also eigentlich kaputt machen. Und die Seelen halt sinnvoll ausgeben. Mal gucken, wie viel sie bringt. 20.000. Können wir die anderen eigentlich auch nochmal gleich benutzen, glaube ich. Oh, warum nicht? Nochmal 4.000. Wir haben noch zwei von denen hier. Oh, na egal. Oh. Wir werden 4.000 insgesamt dann. Wir gucken erstmal. So. Belastbarkeit. Stärke. Können wir nicht mal gucken. Blablabla. Ob wir nicht eventuell schon was Neues tragen können. 72,7. Nein. Aber davon könnten wir ein anderes tragen, was ein wenig besser ist. Ah, 70,1. 71, 72, 72, 73, 69, 6. Oh. Gegen physischen Schaden ganz gut. Ich glaube, ich trage den hier. Mal der gab mir, welcher war das? Der Manditenhelm, ne? 3, 5, 3, 2, 3, 5, 3, 5. Ich trage einfach erstmal den und dann gucken wir mal weiter. Magie, Feuerblitz und Dunkel ist der halt besser, den wir jetzt tragen. Aber ich trage den hier. So. Hatten wir noch was anderes zum Abgeben? Ich weiß das gar nicht mehr. Kann ich die Waffe verstärken vielleicht? Sieht nicht so aus. Uns fehlen zwei große. Nichts zum Verstärken. Können wir mit ihm was Neues machen? Sprechen. Hatten wir doch schon. Nochmal sprechen. Okay. Sagt wohl nichts anderes. Hm. Hm. Ja, tschüss. Äh, wir haben noch einen Folianten. Ah, Willkommen. Schön. Yes, here we are. It's been long indeed. With this I can teach you more sophisticated Pyromancies. Splendid. I can boast I am your tutor a little longer. Ha, ha, ha. So, gut. Hüßtel, hüßtel. Ach ne, die war hier unten. Haben wir noch einen Folianten. Gibt sie damit was anfangen kann? Ich weiß es nicht. Ja. 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 Wenn du sie aufhörst, werde ich sie für dich lesen lesen. Nur... Oh... Sie mich so angreifen. Die kleinen Kreaturen, die mich in der Schmerz. Du kennst, in meinem Haus von Kareem, ich war ein Mann. Ich dachte, die wollten uns jetzt eine Geschichte erzählen. Also, was in dem Buch steht. Naja, dass sie blind ist und dann natürlich was in der blinden Schrift braucht. Tiefer Schutz. Würdest du dich alles nicht lernen? Halt leiden. Schockwelle. Aha. Was wirkert zu... Wirkert zum Leuchtfeuer oder Schreiner... Ach so. Naja, jetzt habe ich es verstanden. Dankeschön. So, ja, dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Und... Jo... Was machen wir dann da? Naja, anscheinend habe ich ja hier den Boss getötet. Wie kam ich denn nochmal rüber? Das frage ich mich jetzt halt. Ansonsten gehen wir erstmal... Wächter des Abgrunds. Und guck mal ganz kurz rein, wie es da unten ausschaut. Ich habe das nämlich so ganz, ganz böse in Erinnerung. Das werden wir gleich sehen. Wenn es dann mal lädt. Irgendwann. Jetzt vielleicht. Dankeschön. Ich nehme lieber mein Schild wieder in die Hand. Die ollen blöden Katakomben von Kartus. Der ist noch nicht tot. Der steht gleich wieder auf. Kartus rot. Jetzt ist er tot. Ich glaube, die hier waren nämlich ganz, ganz böse. Die Gegner. Autschen. Ja, so geht es natürlich auch. So ist es mir sogar ganz lieb. So ist es mir sogar ganz lieb. Da hat doch grad irgendwer auf mich geschossen. Ja. Sollen wir runter oder hoch? Wir gehen erstmal hoch. Wie. ist hier immer zum looten da jetzt aber weiter so vielleicht wo ich weiß was hier unten waren dort weiß ich auch nicht mehr das ist wirklich schon zu lange her und so oft war ich halt auch nicht drin ich weiß noch dass es was ich überhaupt nicht mochte weil es wirklich böse ist die auch so viel aushalten wie man sieht und schnell sind zumindest eher hier ein scharfer edelstein haben wir schon mal irgendwann gebrauchen waren denn nicht zwei leider waren zwei ach ja genau und kann in den kleinen titanitscherben kriegen es fast jeden gegner hier den wir töten glaube ich so war das dumm ist ich weiß nicht mehr so genau hier können wir runter da kommt gleich wieder nach scheiß jetzt sind wir hier in dem gebiet hier ist irgend so ein scheiß flug oder so ich versuche einfach mal durch zu rennen diesmal statt hier alles zu töten nein scheiße wir sind falsch hier diese scheiß dinger die da rauskommen meine ich nämlich ich hoffe die fallen runter gut kann man von denen erstmal ruhe sehr schön geschafft so sehr schön wir können